hallo und herzlich willkommen hier in wetsorts welt im kanal für die radikale mitte im gesprächs format und wie ich habe tatsächlich heute eine große und auch kontroverse runde eingeladen herzlich willkommen erst mal und zwar moich und durch tv onkel hirn ist freund und vor politisch herzlich willkommen ja vielleicht stellt stellen wir uns der reihe nach mal vor vielleicht fangen wir bei dir an onkel hirn ist freund sag mal drei sätze zu dir und deinem kanal ja also mein vorname ist michel so viel kann ich verraten ich mache einen kanal über alles mögliche politik gesellschaft aber auch geschichte manchmal kommt auch was wissenschaftliches meistens gebe ich einfach meinen senf wöchentlich zu irgendwas dazu und ja mehr oder minder humorvoll und politisch betrachte ich mich als sozialliberalen ich schieße gegen jede seite okay gut du warst ja auch einmal schon mal ein bisschen näher bei mir auf dem kanal zu gast das gilt auch für moich und durch tv sagt auch noch drei sätze zu euch ja moin schön da zu sein ja wir machen auch einen kleinen youtube kanal wo wir uns vor allem über zurückhalten unserer heutigen zeit lustig machen ja politisch kann man uns so liberal liberal konservativ einordnen ja also ich glaube ihr macht auch relativ viel vogue bashing oder so wie ich das auf eine humoristische weise also euer lieblingskanal oder eure lieblingsformat ist ja punkt glaube ich da gibt es immer wieder eine reiche fundgrube für euch ja mal so sagen ja ja gut und der letzte im bunde war politisch du warst bei mir noch gar nicht zu gast vielleicht sagst du nicht drei sondern fünf sätze dass das dich mein publikum ein bisschen kennen lernt ja hallo sepp heiße ich ich betreibe den kanal vor politisch und der name ist programm ich beschäftige mich mit gesellschaftspolitischen philosophischen themen mache immer einen wechsel aus kurzepisoden mit begriffs erklärungen meistens so halt ja wie gesagt aus einer philosophischen warte ich bin gelernter philosoph auch promovierter philosoph und die jede zweite folge ist dann immer ein langes interview üblicherweise mit einem buchautor zu einem aktuellen thema aktuell zum beispiel geht es um das thema islamismus aber da suchen wir immer jemanden der aktuellen interessantes buch geschrieben hat und dann sprechen wir recht ausführlich über die thesen in diesem buch und politisch weiß alle anderen gesagt dann verorte ich mich auch sozial liberal also irgendwo so ja gelb rot okay ja ich bin gut ich muss mich nie auf einmal kanal nicht groß vorstellen ich identifiziere mich als radikaler zentrist habe dazu auch ein manifest geschrieben und heute der anlass des heutigen gesprächs ist ja dass ihr zwei also du vor politisch und du michael oder sepp wenn ich das sagen darf euch mal ich will mal sagen in einer kritischen weise mit einem video von mir auseinandergesetzt habt relativ ausführlich also das video ist 15 minuten lang euer gespräch ist eineinhalb stunden lang das ist schon ein ordentlicher hebel sage ich mal und ja wobei es da auch entschuldigung wenn ich unterbreche da haben wir noch ein paar andere themen noch mit reingenommen also nicht nur das eine video sondern da also der haupt das haut augenmerk lag auf deinem video zur identitären bewegung und die frage ob sie extremistisch ist daneben bin ich ja noch auch auf dein höcke video zum thema höcke und faschismus und das thema russland habe ich auch noch mit drin aber ja das hat der hauptpunkt war das video zur ebay und ob sie extremistisch ist da wäre meine erste frage an euch gewesen wenn ihr sozusagen kritik an meinen videos habt warum seid ihr nicht direkt an mich herangetreten würde ich eigentlich den besseren stil finden ich habe ich habe dir ein paar mal unter deinen kommentaren unter den videos geschrieben ja das mag sein aber ich habe nicht zeit und körper immer auf alle kommentare wirklich adäquat zu antworten also das da gibt da habe ich keinen nicht den anspruch vor allem sehr sehr lange kommentare ist oft für mich ein bisschen eine zeitliche überforderung einfach und vor allem ist für mich auch schlicht und ergreifend ineffizient also wenn ich auf einen wirklich was weiß ich keine ahnung 500 zeichen oder 1000 zeichen kommentar antworte bringt das mal so praktisch gar nichts an wirksamkeit ja das ist das ist einfach nicht effizient wenn ich ein video machen kann ist das einfach sehr viel ist meine zeit einfach sehr viel besser genutzt also da ich meine es gibt ja die möglichkeit mir eine e mail zu schreiben dann hätte es schon möglichkeiten gegeben auch der kontaktaufnahme also kommentare sind da vielleicht das das schlechtere mittel sag ich mal ja also für meinen teil wurde ich schlicht von micha gefragt habe ich auf ein video reagieren möchte und habe gesagt klar warum nicht also ich naja ich spreche das deswegen an weil ich sehe ich empfinde die debattenkultur in deutschland und vielleicht auch darüber hinaus ich weiß nicht ich habe natürlich vor allem hier das deutsche youtube vor augen als relativ schlecht ausgeprägt und was man eben sehr gerne macht dass ich irgendwelche leute die sich im grunde genommen einig sind und da zusammensetzen sich gegenseitig bestätigen und das ist ja eigentlich relativ langweilig und trägt ja auch zu dieser tunnelbildung mit bei und zu dieser polarisierung ja wenn man sozusagen immerhin so sehr selbst sich selbst verstärkenden subkanälen unterwegs ist ja trägt das sicherlich nicht zur ich will mal sagen gesamtgesellschaftlichen entspannung bei sondern vermutlich eher zum gegenteil und deswegen hätte ich es eigentlich besser gefunden wenn ihr direkt mit mir das gespräch gesucht oder du mich ja direkt mit mir das gespräch gesucht hättest naja also ich frage nicht jeden über den ich ein video mache vorher ob ich mit ihm sprechen möchte also reactions mache ich generell also egal über wen und egal in welche richtung und wie das was wir gesagt haben wie gesagt das hatte ich dir auch unter deinem video schon geschrieben gehabt letztlich und da war ich auch nicht der einzige ich habe noch andere kommentare ähnliche kommentare gefunden aber abgesehen davon dass wasser ist denn die milch kriegst du nicht mehr in die flasche ja ich habe euch dann ja angesprochen und ich meine positiv ist ja dass ihr auf jeden fall zum gespräch bereit seid na das finde ich auf jeden fall schon mal gut ansonsten würde ich ich habe ich jetzt gar keinen großen plan sondern war ja praktisch eher auf mich reagiert habt und ich bin ja von euch morgen durch tv bin ich ja angesprochen worden und ihr habt ja in diesem video auch auf seid ihr auch auf klappen stream was wir mit was ich bin ja 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 moment an der stelle da habe ich mich allerdings schon korrigiert viermal im grunde ich habe mal durch tv in einem punkt in einem nebensatz erwähnt und da habe ich mich komplett verhört habe ich mich beim auch schon entschuldigt ich habe meine aussage richtig gestellt in einem unter dem video angepinnten kommentar ich habe auch noch denselben kommentar jedem einzelnen der unter meinem video kommentiert hatte noch mal drunter geschrieben und dann noch in den community beiträgen also damit auch jeder mitgekriegt hat dass das nicht stimmte was ich da gesagt habe okay auf jeden fall bin ich ja bin ich ja von euch aufmerksam gemacht worden auf dass das das video und genau da sagt ihr vielleicht noch mal was dazu moich und leuchttv ja genau also wir sind darauf aufmerksam geworden weil wir das gehört haben weil das was glaube ich war irgendwie unten drunter verlinkt gut man kann sich bei höher du hast es ja wirklich jetzt einfach klargestellt hier nie darum das ist für uns schon erledigt in dem sinne was mich im gesamten video so ein bisschen gestört hat und das ist eventuell auch das was wettzeug wahrscheinlich ein bisschen gestört hat dass insbesondere du michael ja uns kennst weißt du wie wir ungefähr ticken weil man sich ja eben auch schon häufiger mal auf kamera unterhalten hat und gar nicht mal die kritik die ist vollkommen okay also dass man kritik äußert ich über wettzeug liege ich bei dem thema russland auch aber diametral gegenüber so ungefähr aber es ist ein unterschied ob man da jemandem unterstellt dass er dann der putin-fan schwurbler ist oder ob man eben einfach diesen debatten beitrag erstmal wahrnimmt und das fand ich so ein bisschen schade weil wir wissen eigentlich wir sind politisch glaube ich alle nicht sehr krass weit auseinander und wir wissen eigentlich ja wie wir ungefähr so ticken jetzt außer bei vor politisch da kenne ich jetzt nur seine beiträge bei twitter oder x aber das hat mich so ein bisschen ja das fand ich so unverständlich weil die interpretation die da in dem video rüber kam war ich glaube unserer meinung nach immer so maximal negativ geprägt nun ich habe diesen eindruck weil wettzeug egal jetzt ob es um russland geht oder egal ob es um höcke oder sonst ihn geht auch die ib geht er hat einen haufen leute unter dem video die einfach dann jede aussage von abnicken die ihn dann auch dafür feiern und ich habe gemerkt dass wenn es dann mal kritische kommentare dazu gab die eine gegenposition vertreten dass wettzeug darauf nicht eingeht unter diesen videos weswegen also zum beispiel auch bei dem höcke video gab es jemanden der einige sehr gute punkte gebracht hätte zum thema höcke und faschismus ich habe es auch in meinem video auch angesprochen also ich habe jetzt nicht den kommentar erwähnt aber ich habe die sachen war ja selber schon video dazu gemacht hat zu diesem höcke buch und mir ist aufgefallen dass als es ein andermal wieder um den höcke ging bei dir wettzeug dann kommen von dir kommentare wie also für mich ist der höcke ein konservativer wie wie kann man jemanden noch konservativen wenn man doch ein paar sehr gute beispiele schon genannt bekommen hat dass er hier faschismus apologetik betreibt dass er zum beispiel uns weismachen will so hat der italienische faschismus den kann man ja als eine art bräuchzifizierung italiens einfach verstehen und so weiter also man ich habe den eindruck dass du das dann nicht erkennst wenn dir da jemand widerspricht unter den videos also sind wobei die dann oft nur in der minderheit sind gut das ist ganz normal ich meine jeder hat natürlich eine stamm zuschauer schafft und dass die meisten die einem unter dem video kommentieren zustimmen das ist denke ich mal bei jedem von uns der fall ja ja also ich meine das ist auch wie gesagt es ist immer ich bin sowieso glaube ich nicht der aktivste gegen kommentator unter meinen kommentaren und das ist halt für mich auch immer eine zeitfrage und wie gesagt wenn die bin sehr ausführlicher kommentar kommt ja dann stelle ich stehe ich vor der frage antwort nehme ich mir jetzt die zeit und antwortet darauf und dann lesen das vielleicht drei hansel ja oder mache ich in der zeit ein anderes video und da ist einfach von der von der effizienz dass nicht antworten auf einen langen kommentar mit einem langen gegen kommentar und anstatt dessen video zu machen aus meiner sicht einfach effizienter ja also naja aber bei den videos die danach kommen egal ob das jetzt die b war oder konservative revolution oder björn höcke oder russland da habe ich den eindruck dass die die kommentare mit den gegenpositionen dass du die gar nicht wahrgenommen hast also wenn dann wieder videos in diese richtung kommen und ja also ich habe jetzt keine ausgeprägte erinnerung dran und ich wie gesagt ich habe ich habe auch nicht die pflicht auf jeden kommentar zu antworten ja also ich lieber ist mir jetzt hier so eine debatte ja da kann man das auch es ging jetzt nicht ums antworten sondern wenn du wieder ein video in die richtung machst dann kommt es mir vor als ob du sie gar nicht erst gelesen hättest diese anderen kommentare oder keine information daraus gewonnen hast du meinst weil ich mich der mir dann nicht den standpunkt zu eigen gemacht habe oder oder nein es kommt gar nicht vor also jemand ob das jetzt bei russland war oder ob das beim höcke war oder auch bei bei der ib und die frage mit dem extremismus ich habe das gefühl wenn es um die entscheidende frage geht schleichst du drumherum um denn eigentlich ein punkt das habe und das obwohl es ein paar kommentatoren zumindest gab in bei den mehreren videos die dir ganz gute beispiele gebracht hätten es geht auch gar nicht darum dann dass du den antwortest aber es kommt halt nicht vor ist es kommt mir vor so ob du die ignorierst kann ich jetzt nicht viel zu sagen weil ich jetzt also ich das ist ja auch schon ein bisschen her jetzt das sind jetzt nicht sachen die ich vor den letzten zwei wochen gemacht habe dass ich dazu nicht viel sagen kann ich meine ich beschäftige mich dann schon mit den themen aber meistens dann ist dann halt wenn ich mit dem video durch bin dann beschäftige ich mich schon mit dem nächsten video ja jetzt noch mal eine frage ich noch mal bezüglich des russland videos das war ja auch so ein bisschen thema in deinem video hast du meine russland doku gesehen zum krieg die russland doku nein die habe ich nicht gesehen ja das also da habe ich mich also das war das was du genommen hat das war ein relativ kurzes und im grunde genommen ich kann mal sagen wenig nicht so wichtiges video jetzt verglichen mit meiner russland doku ja ich habe eine dreiviertelstündigen dokumentationsfilm relativ aufwendig über den ukraine gemacht aus dem jahr 20 22 wo ich mir dann schon eigentlich würde ich sagen bevor man dann sozusagen sich da aufgrund eines videos ein urteil schon ein paar andere videos zum thema russland aber das wichtigste ist diese doku definitiv ja und ich glaube wenn man auf einem kanal nach russland suchen müsste man müssen oder ukraine müsste man die eigentlich auch finden wenn es jetzt wenn es jetzt aber ja speziell um unsere reaction ging also da war ja ein kritikpunkt meinerseits aber auch michas gar nicht so sehr in also natürlich auch inhaltlicher natur aber auch des vorgehens also die konkrete kritik bezüglich russland an die ich mich jetzt erinnern kann ist dass man sich eben auf dokumente gestützt hat relativ unkritisch die vom russischen verteidigungsministerium standen beziehungsweise das war ja auch eine der kritiken an dem ib video dass man also dass du dich konkret wett sollt hier auf die webseite der ib da berufen hast wie ich fand relativ unkritisch auch wie es mir schien ohne kenntnis weiterer quellen und wenn ich so eine große frage in den raum stelle warte weitere quellen ich deswegen hat studium wenn ich dich unterbreche aber deswegen habe ich am anfang des streams ja auch den ausschnitt gebracht aus dem anderen video in denen du wetzold ihr durchaus über die konservative revolution schon mal gesprochen hast um zu zeigen dass du ja eigentlich schon was wüsstest über über den ideologischen hintergrund der hier eine rolle spielt also ich kann immer sagen was was überhaupt die aus meiner sicht die prämisse von diesem video war es ist ja im zusammenhang mit dieser sogenannten potsdam konferenz oder die ja also stammtisch treffen und also das war im zusammenhang damit und da ist dann halt sozusagen ja immer von der rechtsextremen die rede gewesen und für mich ich sehe das so also ich unterscheide scharf zwischen radikalismus und extremismus und radikalismus ist der weit weniger schwerwiegende vorwurf ich nehme ja für mich sozusagen in anspruch auch radikal zu sein ich gebe dem sozusagen auch ein stück weit eine positive wendung ja in dem sinne dass man also mich als radikalismus an der stelle dass ein einfaches weiterverwaltendes status quo nicht ausreicht um die bestehenden probleme zu lösen dass wir also ganz grundsätzliche krisen erscheinungen haben und so weiter das ist es nicht also das ist sozusagen der weit weniger schwerwiegende vorwurf extremismus heißt für mich antidemokratisch ja und da ist und das ist für mich ein relativ schwerwiegender vorwurf ja und auch ein vorwurf der aufgrund dessen gut belegt sein will ja und da und ich habe mich einfach auf die suche gemacht okay ja was was sagt denn der verfassungsschutz dazu ja und da habe ich einen verfassungsschutzbericht reingeschaut ich glaube das war der von 2022 und dann habe ich mal gesagt okay die schreiben dass das so ist was die eb so sagt und dann habe ich halt mal gesagt ja was sagt denn die eb selber dazu ja also man muss ja immer zwei seiten bei solchen anwürfen anschauen und habe ich einfach festgestellt okay aus meiner sicht gibt es eine substanzielle inhaltliche diskrepanz ich kriege das hier nicht zu deckung das ist das thema des ganzen videos ja und sozusagen an der stelle dann weiter zu recherchieren ist dann natürlich ja war jetzt nicht ich habe ja auch ein disclaimer gemacht ich habe gesagt leute das ist ja keine erschöpfende betrachtung es ist einfach nur diese eine findung diese einen widerspruch den ich einfach gefunden habe das habe ich einfach mal video thematisiert das video ist eine viertelstunde lang und viel mehr sagt das auch nicht aus ich habe ja auch gesagt es ist keine kein endgültiges urteil ja das ist eigentlich der ganze plot von dem ding ja und dein video hieß ist die eb extremistisch und relativ am anfang sagtest du da schon ja ich kann diese frage nicht abschließend beantworten das hatte schon das hatte ähnlichkeit auch mit dem höcke video das hatte ja den titel björn höckes meinung zum faschismus ja und dann hattest du aus dem buch sachen zitiert bloß die ganzen sachen die er zum faschismus meint das was er wirklich darüber urteilt das kam nicht drin vor und zum schluss an dem video dein fazit nachdem du so eher harmloseren punkt nämlich dass er ziemlich preußen glorifiziert hat ja das ist doof aber das ist jetzt nicht der bedenkliche punkt nachdem du das kritisiert hattest schloss du dein video mit dem fazit er seht ihr man kann den höcke auch kritisieren ohne gift und galle zu spucken spucken ja aber das macht schon der mainstream kunststück wenn man das eigentliche ding ausklammert obwohl es im videotitel gestanden hätte und und das kam mir beim eb video ähnlich vor da hast du auf die eigentliche frage im titel gar nicht geantwortet also gehen wir mal der reihe nach bleiben vielleicht mal erst mal beim eb video oder was willst du noch was sagen selbst ja also ich finde schon schon hart wenn man halt wie gesagt so eine frage stellt die sehr weitreichend ist auch wenn du sie dann direkt relativiert hast ich finde wie du sagtest der extremismus vorwurf der essen der essen harter auch zu recht du hast ja auch eine durchaus sinnvolle extremismus definition gebracht beziehungsweise sogar im prinzip eine die deckungsgleich ist mit dem verfassungsschutz und wie du auch sagt ist radikalismus extremismus nicht deckungsgleich da würde ich bei all dem würde ich mitgehen ich würde dann halt so ein video nicht machen wenn ich sage okay ich habe hier erstmal den verfassungsschutzbericht und das ist ja auch nur der übersichtsbericht und ich habe hier so eine selbstdarstellung von der gruppe die sich ja auch selber ein bisschen schützen muss wenn ihr solche extremismus vorwürfe gemacht werden und dann finde ich ist eben der komplette ansatz in meinen augen unverantwortlich wieso ich meine wenn ich wenn ich doch sage ich mache kein abschließendes urteil und das ist bei meinem kanal ja sowieso ich meine ich mache mehrere videos pro woche das sind immer relativ kurze videos und vielleicht auch kurzweilige videos und jetzt den anschluss den anspruch eine wissenschaftliche klärung habe ich ja gar nicht und das habe ich auch klar gemacht ja und aber das was ich positiv gesagt habe war das denn war jetzt nicht in dem sinne falsch ja oder werft ihr mir da was inhaltlich falsches vor was ich gesagt habe das kommt mir halt sehr vor als ob du dann um das eigentliche thema drum herum redest weil zum beispiel die frage auch was den staatsbegriff angeht ob der ethnisches oder nicht das war ja die entscheidende frage ob man ihn rassismus zum beispiel vorwerfen kann und es ist so dass die identitäre bewegung an mehreren stellen klar gemacht hat dass die etne bei ihr rechtliches kriterium sein soll und zum beispiel deswegen habe ich auch diesen screenshot gut konntest du jetzt von der anderen wie die website vorher ausgehen gesehen habe das konntest du jetzt vielleicht nicht unbedingt kennen ich habe damals screenshots gemacht wo sie klar gesagt hat dass sie halt nicht nur die kulturelle sondern auch noch die ethnische komponente die ethnische identität auch noch im grundgesetz verankern will der bevölkerung damit man die bevölkerung nicht austauschen könne und wir wissen ja dass der ganze ethno pluralismus wie die bs nennt auf karl schmidt zurückgeht das ethno großraum ordnung modell von karl schmidt und von dem weißt du ja wer das ist also deswegen ist es mir nicht klar wie man die frage also was die b denn alles jetzt mit staatsbürgerschaft und so weiter meinen könnte ist wenn man die hintergründe die b kennt und so weiter dann weiß man was sie will ja das aber auch an der stelle an der stelle frage ich mich ist das jetzt ein ist es jetzt ein staatsverständnis was die eb an anstrebt ähnlich wie bei israel beispielsweise ja was ja doch auch gewisse asymmetrien beinhaltet oder eben weiter darüber hinausgehend also auch das wäre sozusagen dann zu klar das ist für mich so eindeutig nicht und geht auch aus den formulierungen die er besprochen hat dann so eindeutig nicht hervor ja israel wird ja in unserer wertigkeit immer als bollwerk der demokratie im nahen osten bezeichnet und da das würden wir ja okay also da ist es glaube ich konkurrenzlos im nahen osten ja aber sie haben halt schon ein staatsverständnis dass in seinem in seiner verfassung eine gewisse asymmetrie zwischen juden und nicht juden beinhaltet das weiß jetzt sicherlich nicht so weitgehend wie in deutschland in den 30er jahren aber trotzdem gibt es diese kritik an israel auch und auch an der stelle ist das ja nicht so ein einfaches schwarz weiß und wäre für mich dann zu klären also das ist dann auch nicht so also diese frage kann ich dann im viertelstündigen video nicht klären insbesondere ist die ib an der stelle wahrscheinlich auch gar nicht ein monolith da hast du dann wahrscheinlich auch verschiedene ansichten ja und das ich meine ich bin was soll ich dann da noch weiter recherchieren also da da noch tiefer zu klären übersteigt aber auch meine möglichkeiten ja wieso es ist du wenn man die ganzen vorbilder von denen kennt wenn man mehrere aussagen kennt neben der website wenn man merkt dass sie ständig die ethnie zu eben schon zum rechtlichen kriterium machen wollen dass nazis wie karl schmidt die die nürnberger rassengesetze befürworten als ihre vorbilder für ihre ethno großraumordnung haben wenn solche sachen fallen wie das ethnische substrat das uns von anderen europäern unterscheide okay das war jetzt nicht in der ib das war jetzt sepp weiß dass das war jetzt der der kra aber aber selber selber schreibt er von der ethnischen substanz das ist nicht groß und und die identitäre bewegung hat ja auch in ihrem moment ich habe es gerade da in diesem magazin im heimatkurier klar geschrieben dass zur remigration auch die abschiebung von bereits eingebürgerten gehören soll also ja aber das ist auch wieder das ist doch auch wieder ein punkt wo man genau hinschauen muss ja das ist ja auch bei diesem potsdam ding gewesen du hast die situation schon heute in der rechtssprache in deutschland kann dir die deutsche staatsbürgerschaft aberkannt werden ja das ist schon heute möglich ja man muss ja genau hinschauen wenn das sich um eine doppelte staatsbürgerschaft anbelangt ja ist das im prinzip kein menschenrechtsvergehen sag ich mal du darfst bloß menschen nicht staatenlos machen das darfst du nicht es geht um die frage warum will sie denn denn die staats obwohl sie schon staatsbürgerschaft das weiß ich auch nicht aber welcher ideologische hintergrund ist denn hier gegeben wissen wir doch wir wissen was worauf der ethno pluralismus fuß das geben die ja ganz offen zu also ich bin eben muss wenn ich ja mal einhaken mich immer weg von wir wissen doch und weiß man doch also wenn ich wenn ich ein video mache wo ich mir so ein thema vornehme und irgendwas erklären möchte ja du hast ja gefragt noch hast du irgendwas falsches dargestellt ich denke an einer stelle ist es tatsächlich falsch weil das argument das der verfassungsschutz bringt nicht in gänze erfasst wurde denn der du hast dann ja sehr lang und breit ausgeführt nur mit den verschiedenen volksbegriffen dass es einen einen staatsrechtlichen volksbegriff gibt und einen ja vorstaatlichen begriff und das ist ja durch aber auch nicht nur ein also es gibt viel ist es ein relativ vager und schwammiger begriff ja also der vorstaatlich der ist jetzt nicht also es ist nicht ein vorstaatlicher begriff verschieden verschiedene genau die darfst du ja auch haben ja die die gibt es ja sogar bei uns in unserem rechtssystem wenn man bedenkt dass wir ethnische minderheiten in deutschland haben seien es die sorgen seien es dänische minderheiten in schleswig-holstein diesen begriff zu haben oder einen solchen begriff zu haben das ist nicht das problem das argument dass der verfassungsschutz gemacht hat ist dass man diesen vorstaatlichen begriff nicht mit dem staatsrechtlichen zusammenführen darf im sinne einer homogenen raumordnung das ist das vollständige argument ich darf das nicht in der art verbinden dass ich sage bestimmte leute dürfen hier nicht sein oder dürfen hier nur in einer wie nennt es der sellner in einer kulturell schonenden menge sein ich müsste das genaue zitat raussuchen ist euch gerade nicht im kopf das ist das argument des verfassungsschutzes dass er sagt nee natürlich darfst du goethe als einen deutschen bezeichnen auch wenn er vielleicht keine deutsche staatsbürgerschaft hatte weiß die damals noch nicht gab du darfst nur heute nicht die staatsbürgerschaft an dieses konzept knüpfen einer ethno kulturellen wie auch immer vorstellung das ist das argument und wie gesagt wenn ich dann eben hingehe und mir jetzt so ein selbst werbung webseite der eb anschaue dass ich da natürlich diese problematischen teile nicht finden werde das ist natürlich schon irgendwo in der natur der sache der ausgewählten quelle also das ist ja jetzt nicht so dass man da lange googeln müsste man könnte einfach den wikipedia artikel nehmen da ist das auch aufgeführt ich habe mal dazu eine kurze frage ob ich das jetzt vielleicht falsch verstanden habe aber war denn nicht genau diese quasi ethno kulturelle basis lange zeit grundlage unseres staatsbürgerschaftsrechts geändert wurde ich bin ich aus dem verständnis ich nicht das was nicht das was hier gemeint ist natürlich haben wir auch heute noch in unserem haben wir hier dass wir als abstammungs prinzip denn das gegenteil wäre ja das territorial prinzip ja zum beispiel ich meine jetzt zum beispiel die deutschrussen dass die nach deutschland ja da man ja eindeutig auf deren abstammung abbezielt also ich ja aber das ist was was die b mit dem ethno pluralismus meint ist ja was anderes das ist auch nicht bezogen auf den eden pluralismus in meinen augen ist das ein wahrscheinlich rassistisches konzept sondern auf diese frage zu diesen abstammungs prinzipien darum die es jetzt gerade ging genau und solche gab es und gibt es ja in unserem recht zum teil so rum ist es ja auch kein problem wenn du sagst wir lassen hier leute ins land weil sie russland deutsche rumänien deutsche oder so weiter sind kriegen die hier eine chance die staatsbürgerschaft irgendwie vereinfacht zu haben ja da das das stellt nicht das problem da das problem stellt umgekehrt da wenn du leute die hier sind und ein recht genießen und haben wenn du das denen aberkennen möchtest das ist ja das problematische also wenn du die umgekehrte richtung gehen möchtest wenn du sagst also wir erkennen die staatsbürgerschaft ab weil du so und so bist genau das wäre das problematische element und genau wir erkennen das ab aufgrund biologisch ethnologischer eigenschaften und nicht jetzt zum beispiel wie bei doppelstaat dann das wert soll gerade schon erwähnt hat aufgrund keine ahnung ist libanese und deutschland ruft zum terror auf oder wird die deutsche staatsbürgerschaft entzogen also man könnte ich meine es ist glaube ich aktuell kann man das bei bei im fall von terrorismus irgendwie beteiligt der russmusbeteiligung aberkennen man könnte auch bei schweren straftaten aberkennen innerhalb bestimmten das wäre auch eine mögliche das ist glaube ich zurzeit nicht so aber das wäre prinzipiell auch ein mögliche mögliches kriterium aber da sind wir jetzt schon sehr im detail ja dieses detail ist doch wichtig also ob ich jetzt jemand einem doppelstaatler die staatsbürgerschaft aberkenne weil er terrorismus beteiligt ist oder sich einer ausländischen terrororganisation anschließt ist doch etwas ganz anderes als wenn gefordert wird dass jemand das verliert weil er hier nicht ausreichend assimiliert ist wobei dieser begriff assimiliert sein überhaupt keine sinnvolle definition das wirst du sowieso nicht in der rechts rum gießen können weil das ja was soll das sein also wenn dann musst du das auch an so sachen knüpfen wie wie kriminalität oder so ja ich meine das ist ja dann vom terrorismus auch nicht so weit entfernt genau aber das ist ja nicht das was an der stelle gefordert wird ja also genau deswegen wegen dieser schwammigkeit wegen der forderung also ich meine wenn ich jetzt richtig im kopf habe hat der sellner irgendwo gefordert dass man dann halt entsprechend ein ministerium einrichten müsste dass die assimilierung quasi misst und überprüft also was ist das was soll das denn für ein überwachungsapparat sein und diese sachen die sind also da muss man sich ja nicht stundenlang mit der ib beschäftigen um solche aussagen zu finden die finden sich in der geschichte der ib von anfang an also ich habe hier so ein pamphlet von marcus willinger jetzt muss mal gucken von wann das ist das ist 2013 erschienen also ziemlich zu beginn als die in im deutschsprachigen raum aufgetaucht ist die identitäre bewegung das heißt die identitäre generation eine kriegserklärung an die 68er da taucht das schon auf wie gesagt von sellner gibt es zigtausend also ich meine den kann man ja im internet finden der hat im heimatkurier das veröffentlicht der hat es als bücher geschrieben und wie gesagt das steht ja auch im wikipedia artikel also das ist nicht irgendwelches geheimwissen darum geht es mir also wenn ich so ein großes thema aufmache ist xyz extremistisch und ja dann den verfassungsschutz da auch ein bisschen ins lächerliche ziel was du ja gemacht hast ja aber also ganz ehrlich ich bin mir so ein bisschen von ohne people vorgekommen das ist das ist eine behörde die hat eine vierstellige mitarbeiterzahl und dieser bericht ist gibt an eigentlich nicht viel her ehrlich gesagt ich bin da so ein bisschen enttäuscht auch also das ist doch in der natur der sache das ist doch nur ein zusammenfassungsbericht jetzt hatten wir gerade das verfahren in münster da haben die 10.000 seiten vorgelegt ja also offensichtlich haben sie die information offensichtlich gibt sie in größerer detail tiefe aber so ein übersichtsbericht ja wo für die öffentlichkeit verschiedene ich meine in diesem verfassungsschutzbericht sind ja auch die islamisten drin die linksextremisten dann dieser neue bereich wie heißt delegitimierung des staates also da kann ich ja nicht alles im detail veröffentlichen also ich deswegen sage ich ja die quelle ist ungeeignet um diese frage die in den raum gestellt wurde überhaupt zu beantworten auch ich will hier noch hinzufügen es kam ja auch so vor als ob du wird solche in dem bereich die aussagen des verfassungsschutzes beziehungsweise und die der ib völlig unterschiedlich gewichtest im maßstab weil das hat man bei diesem einsatz wo du so am ende merkte anmerkt dass sogar bei beim thema staatsbürgerschaft als dir dann tatsächlich die frage in sinn kam wie das jetzt mit der ethnie ist in bezug auf die staatsbürgerschaft und ja das könnte bedenklich werden ob die ib das begriff hat das weiß ich nicht aber was ich auf jeden fall nicht auf jeden fall weiß ist dass der verfassungsschutz es nicht begriffen hat und da kam mir das schon sehr nach einem doppelmaßstab vor ich kann ja sagen was der doppelmaßstab ist nach oben treten ja und nicht nach unten das ist der doppelmaßstab wieso nach wenn ich wenn es ist ja egal ob die b eine kleine gruppe ist und so weiter wenn nicht zum schluss der verfassungsschutz ist eine behörde mit einer vierstelligen beamtenanzahl der hat natürlich einen da habe ich natürlich sehr viel höhere ansprüche daran wie er seine aussagen rechtfertigt ja selbstverständlich und da sehe ich es auch als als ich will mal sagen ein demokratisches medium würde ich mich mal so bezeichnen war vor allem in der pflicht die uns beherrschenden kritisch zu kritisieren und nicht irgendwelche politischen aktivisten aktivistischen handgruppen ja das sich vor allem als meine pflicht ja also da würde ich ja sogar mitgehen dass man sagt man muss dem verfassungsschutz auf die finger schauen ich hatte in meinem kanal auch schon leute die den verfassungsschutz sehr kenntnisreich kritisiert haben sogar schon zweimal gäste dass das darf man und das soll man wie gesagt mir geht es mir ging es primär um die art und weise also wie gesagt dieses übersichtshäftchen was der verfassungsschutz hat daraus halb zu schluss folgern die machen ihre arbeit nicht ordentlich die kann man halt so nicht ziehen wir haben gut aber dann ist der verfassungsschutz in der pflicht mir als bürger auch die möglichkeit zu geben dass ich mich jetzt nicht durch fünfstellige seiten zahlen lesen muss weil das kann ich auch nicht leisten sondern dann muss ich die möglichkeit haben die informationen auch noch auf eine weise vertiefen zu können die sie ja vorgeblich haben ja dass ich mir da besser ein bild machen kann ja naja aber du verlangst ja jetzt hier das unmögliche also einerseits soll es dir in einer kleinen kompakten einfach verdaubaren form vorsetzen und andererseits möchtest du aber auch eine detail tiefe haben die dich dann im detail überzeugt und ich denke das geht halt nicht also ich war von diesem verfassungsschutz bericht enttäuscht und mich hat das nicht irgendwie überzeugt mal so gesagt ne ja das war ja auch wie gesagt nur die übersicht die soll im prinzip ein überblick bieten ja ja nun gut aber da du ja die ideologischen hintergründe der konservativen revolution kennst wetzold wer auch da auch der punkt ist doch nicht so einfach ja jetzt gehen wir mal auf den ich will mal sagen vielleicht wahrscheinlich problematischsten vertreter der konservativen revolution den karl schmidt ein ja der führer schützt das recht die geht mir jetzt aber gut aber muss also karl schmidt ist ein märz gefallen er ist wahrscheinlich aus opportunistischen gründen 33 umgeschwenkt zu der nazis hat ja noch 29 tatsächlich vor den nazis auch gewarnt er war aber halt schon in der weimarer republik einfach ein ziemlicher star und wollte wahrscheinlich einfach auch nach wie vor er war schon er war schon in der weimarer republik zumindest ein befürworter der italienischen faschisten und ein klarer republik gegner also so unwahrscheinlich war es jetzt nicht dass er sich denen dann anschließt naja das das ist auf die gesamte konservative revolution kann man das nicht so einfach sagen also dass die konservative revolution in gänze so eine art roto faschismus ist so einfach ist das nicht ja tatsächlich ist es ist karl schmidt einer der sich am mit am stärksten also zumindest was so die kombination von prominenz und stärke des der ich will mal sagen beteiligung am nationalsozialismus anbelangt sicherlich der problematischste sag ich mal ja aber selbst ihn ja wie soll man sagen auf ihn geht letztlich auch der begriff der wehrhaften demokratie zurück ein stück weit ja ja gut aber die wehrhafte demokratie ist ja dann eher eher die gegenreaktion also ist ja nicht genau das was er wollte also das ist ja dann eher da hat man dann einen schluss daraus gezogen den er jetzt so nicht befürwortet hätte schon richtig dass karl schmidt an der demokratie an der weimarer demokratie kritisierte sie sei liberal bis zum selbstmord aber es war ja die diktatur die die ihm als also ein autokratisches system das dann das war was ihn erfüllt hat die sicher wir haben dann daraus den schluss gezogen dass unsere demokratie werfter sein soll aber das ist ja nicht das system das er gewollt hätte und wenn wir auf den rest der konservativen revolution schauen dann ist das natürlich wie gesagt manche waren opportunisten manche sind den nazis fern geblieben andere sind verstorben bevor sie sich entscheiden mussten die frage ist ja gar nicht sind die direkter weg international satz sozialismus und die die interessantere frage in meinen augen ist was wollten die eigentlich und die waren samt und sonders republik feinde demokratie gegner da gibt es bücher wie die die herrschaft der minderwertigen von edgar julius jung ja ganz klarer die republik und die demokratie abgelehnt wer heute sich auf diese kreise beruft und zwar schließlich programmate sollte schon mal wenigstens sein verhältnis klären zur klaren ablehnung der demokratie und der republik wenn er egal ob das noch zwei spänger edgar julius jung oder sonst wer ist ja also das waren ja samt und sonders republik gegner und ob sie sich den nazis am ende angeschlossen haben oder nicht sie haben zumindest publizistisch die weimarer republik sturmreif geschossen wenn ich mich auf sowas heute beziehe dann sollte ich zumindest dieses verhältnis einmal sauber klären ja da würde ich dir durchaus zustimmen ja das heißt aber nicht dass man sozusagen die konservative revolution samt und sonders sozusagen auf den geistesgeschichtlichen müllhaufen werfen sollte das ist weil sich tatsächlich ja in der konservativen revolution auch ich will mal sagen eine fundamentale modernitätskritik auch formuliert hat ja die ja auch in ihrer kritik berechtigte momente haben kann ob jetzt die konsequenzen sie daraus ziehen die richtigen waren ja was ganz anderes ja ich meine also ich will nur mal sozusagen eine gegenrechnung aufmachen ja also die 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 spd hat zum 200 jährigen geburtstag von marx eine große festschrift von zu marx rausgebracht ja und marx war nach meinem verständnis kein demokrat also der jungen marx mag mag demokrat gewesen sein aber er hat doch dann eigentlich diese dieses konzept der der kaderpartei und der diktatur des politariats dann doch auch ja letztlich mitgeprägt und ist deswegen ist auch das nicht unproblematisch sich zu unkritisch sozusagen einfach auf marx zu beziehen ich meine sicher also ich würde stopp 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 marx die kaderpartei ist lenin ja marx hat das zeitlebens explizit abgelehnt aber wie gesagt mir geht es auch eher darum also wenn ich mich auf so etwas beziehe und ich meine ja auch links extrem ist ja ja der duktus vom diktatur des proletariats stammt der von marx na ja und ich stimme auch zu dass marx mit seinen aussagen durchaus hier die perfekte steil vorlage geboten hat denn marx hat ja auch durchaus erklärt dass diese diktatur des proletariats die revolution die zur diktatur des proletariats führe auch von einer arbeiterpartei angeführt werden können also wenn man so etwas schreibt dann ist klar dass man je dass da nachher eine sede kommen kann und sagen wir sind die diktatur des proletariats das ist es gab es gab auch immer die polemik gegen die gegen die bürgerliche gesellschaft und damit ist natürlich auch ich will mal sagen relativ deckungsgleich natürlich eine liberale demokratie ja ja das problem ist denke ich dass viel zu wenig leute wissen was marx gesagt hat und was marxismus ist und so weiter also beim marxismus gehe ich bei vielen aus die darüber fabulieren dass sie nicht wissen was dahinter steckt bei diesen vordenkern der konservative revolution beziehungsweise bei der ib die sich da explizit darauf berufen gehe ich sehr fest davon aus dass die sehr genau wissen was dahinter steckt also ich meine diese köpfe sind jetzt ich sag mal wenn du in der fußgänger zu und spengler sagst oder so heidegger dürften die einen oder anderen ja noch kennen aber karl schmidt und der gleichen sind jetzt nicht so bekannt ich gehe fest davon aus dass das ein selner und ein kubi check dass die sehr genau wissen wenn sie sich auf diese texte berufen worauf sie sich da berufen und was da die und warum sie das tun das gehe ich davon gehe ich jetzt bei jedem typen der der marx hoch hält nicht aus da wäre dann mehr aufklärungsbedarf gefordert ich kann jetzt nur von meiner universitätszeit sprechen da waren dann auch noch irgendwelche marxistischen lesezirkel da gehe ich jetzt persönlich schon davon aus dass die auch wissen wo von sie reden und aber natürlich gehe ich auch davon aus dass ein selner oder kubi check gehört da auch zu wie ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht dass die schule nicht zu eb aber es ist dasselbe think tank ist ja auch egal ich glaube wir brauchen jetzt ja nicht bei jedem themenbereich jetzt so sehr in die tiefe gehen ich glaube einfach der interpretations also die unterschiedlichen positionen der interpretation von dem was da jetzt gesagt wurde oder was nicht gesagt wurde ist einfach ich habe wetzholz beiträge immer so verstanden dass es eben gedanken beiträge sind kurze videos wo nicht alles abgehandelt werden kann genau jetzt auch gerade verfassungsschutzbericht ein kurzer beitrag ist wo nicht alles drin ist natürlich das kennen wir ja von unseren eigenen videos auch vergisst man was lässt was wichtiges weg recherchiert einfach mal falsch das problem bei diesem video war für mich einfach die unterstellung dass dies aus böswilligen aspekten passiert genau das ist der punkt am ende das ist also wetzholz nimmt ja immer eigentlich ein punkt ein der der so ein bisschen abstand bringt zum medialen mainstream sag ich jetzt mal der doch so der eine gewisse schwenklast nach links hat wenn es das jetzt in bezug auf russland sei es in bezug auf die b oder die afd oder so weiter ich meine da gibt es die kritischen betrachtungsweisen im medialen mainstream zu 90 prozent und wetzholz bringt ja auch von der radikalen mittelposition die im heutigen mainstream wie eine rechte position wäre ja wenn man das wenn man das aufstehen heute im mainstream ertragen würde bringt das ja auf eine ganz andere betrachtungsebene und das ist auch für mich wenn ich das betrachte ist es immer einfach nur ein beitrag den man sich anguckt und sagt okay da hat jemand seine meinung dazu gesagt die kann ich in dem und dem punkt sehe ich das vielleicht ähnlich oder hat mir neuen denkanschluss gegeben oder finde ich auch total blöd sich und dann ist das thema ja im prinzip abgehakt und dass diesen eindruck den der den den moch gerade geäußert hat das ist der ist bei mir genauso angekommen es hatte sowas schöner oder so gleich böse gemeint aber sowas ätzendes sondern man will diesen menschen in ein bestimmtes licht rücken indem man auch so adjektive reinschmeißt wie schwobler und quatsch adjektive so also bezeichnungen reinschmeißt wie der schwobler der dies ja das das hatte sowas abfälliges ätzendes das aber hätte ich sein müssen das war völlig unnötig hätte man auch einfach so kritisieren können und halt den diskurs vergiftet auch und das ist glaube ich trägt zu den problemen bei die wir haben und ist keine lösung ja ich habe mich nicht anders ausgedrückt als in allen anderen videos die ich auch gemacht habe und es ist natürlich wenn ich jetzt so mit dir rede dann ist es was anderes aber der eindruck dass da schon eine gewisse absicht oder ein gewisses bedürfnis da steht bestimmten zuschauern mehr oder minder entgegen zu kommen und anderen weniger der verstärkt sich weil das in vielen videos dann zu diesem thema vorkommt also ob das jetzt die videos zu höcke waren oder zu ib dann wie gesagt ich werfe niemanden vor dass er mal was vergisst bloß ein video zu machen zum beispiel zum thema mit mit dem titel björn höckes meinung zum faschismus und dann das buch in der hand halten und daraus zitieren und dann kommt das thema was höcke zum faschismus sagt gar nicht vor sondern es wird was anderes was hat viel harmloseres kritisiert und dann wird gegen den mainstream gleich am ende ausgeteilt so von wegen man seht ihr man kann den höcke auch anders kritisieren als der mainstream obwohl das eigentliche thema gar nicht drin vorkommen das kommt mir dann schon sehr moment das eigentliche thema kommen schon ich habe ich habe an höcke kritisiert dass er eben nach meinem nach meinem was ich bis dahin gelesen hatte ich war zu dem zeitpunkt auch noch gar nicht fertig mit dem wo ich bin auch immer noch nicht fertig aber das ist ein anderes thema habe ich gesagt also ich ich finde dass er das 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 thema faschismus umschifft und dass er da keine klare stellung zu bezieht das habe ich das habe ich kritisiert und das ist aber eine kritik die ist ja weil sie eine negative kritik ist wo ich den mangel von etwas kritisiere ist die auch relativ schnell abgehandelt also so gesehen kommt das schon so in dem video also ich denke in dem video hat man schon gemerkt dass mich ja sich aufgeregt hat ja es mir auch mehrfach ins wort gefallen ich für meinen teil denke ich habe mir sehr viel mühe gegeben dass nicht auf die persönliche ebene zu ziehen ja würde ich habe ich habe ich jetzt auch nichts in erinnerung also das aber wie gesagt ich bleibe bei meiner grundsätzlichen kritik das sind politische kräfte die in meinen augen durchaus nicht unproblematisch sind um es vorsichtig zu formulieren bis tatsächlich höchst problematisch sind und wie gesagt wenn du schon sagst du hast das buch und du hast noch nicht durch ja dann wäre es vielleicht besser gewesen so ein thema zu verschieben zeitlich bis man das buch halt durch hat also ja selber philosoph oder und wenn ich das richtig mitbekommen habe ich bin gelernter physiker aber ich habe einen doktor in philosophie wird sich ich auch sind wir sind wir uns da sehr ähnlich also wie gesagt ich erwarte in 15 minuten video erwarte ich keine keine dissenations abhandlung darum geht es nicht aber wenn ich ein thema habe das durchaus eine gewisse politische sprengkraft ja hat ja also wie gesagt ist der verfassungsschutz jetzt wirklich einfach hier völlig durchgeknallt oder und 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 verfolgt hier eine harmlose opposition oder ist da was was wirklich wert ist hinzugucken und das haben ja gerichte inzwischen auch bestätigt und also da bin ich einfach der meinung da muss ich etwas vorsichtiger agieren als bei themen die jetzt vielleicht nicht diese politisch gesellschaftliche sprengkraft haben also diese politisch gesellschaftliche sprengkraft das sind doch eigentlich es geht doch um wenn ich wenn du um politisch gesellschaftliche sprengkraft benennst da würden mir ganz andere sachen einfallen ja das ist vielleicht eine ich will mal sagen ideologisch sehr aufgeheizte thematik das dem würde ich zustimmen aber brengkraft sehe ich eigentlich also an dem wort will ich mich jetzt nicht aufhängen also ich glaube jetzt in bezüge zum beispiel auf die debatte wie es um russland geht führt das eher zu sprengkraft wenn man nicht wenn es da keine debatten um die ängste der bevölkerung gibt und so irrational sie noch sein mögen also wenn jeder der da irgendwie sagt ich bin mir nicht sicher ob das so gut ist immer sofort der putin versteher schwurgler ist dann führt das eher dazu dass sich ränder radikalisieren nein in richtung sarah wagenknecht oder sowas das geht ja so nach dem motto man könnte solche sachen sollte man am besten nicht äußern oder so habt ihr das im prinzip gesagt dass das etwas verwerblich ist nein 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 eine russland liebe würde dadurch scheinen und so weiter ja moment also wenn wenn politiker wenn politiker hier so tun als müsste man nur putin entgegenkommen es gibt ja nichts mehr zu entgegenkommen man hat es oft genug versucht das ist eine glatte verleugnung wenn gewisse politiker sich hinstellen und so tun als ob der west nur mehr verhandeln hätte müssen oder als ob wir es herauf provoziert hätten obwohl putin klipp und klar schwarz auf weiß geschrieben hat was er vorhat dass er nicht einmal die existenz der ukraine als eigenes land akzeptieren will dass er hier völlig klar ich sehe das ganz genauso es geht überhaupt nicht darum ob die position jetzt durchdekliniert korrekt oder falsch ist de facto haben wir einen großen anteil in der bevölkerung ich meine das waren so 40 prozent oder so die total in ihre angststarrer verfallen und total drogen dass wir entgegenkommen sollen und dann ist doch die position ist nicht wir müssen dem jetzt zustimmen ich bin absolut dafür dass wir die ukraine auf jeden fall noch viel mehr unterstützen ja und dass wir diesen aggressoren überhaupt gar kein entgegenkommen bringen weil jede rote linie der macht sowieso nur ein blöffel ist aber dann geht es hier gar nicht um die in den inhalt aber wir müssen versuchen mitzunehmen denn sonst geraten wir erst recht in diese opposition und erst recht kommt es dann zu einer polarisierung der gesellschaft also kann das ist der punkt es geht überhaupt nicht um den inhalt und darum finde ich einen debatten beitrag der das aus der position des eher vorsichtigen ja achtung hier ist so territorial macht mit atomwaffen die haben auch geostrategische interesse was sie haben was wir ja was ich habe ich das überhaupt mal zu betrachten ist einfach teil einer debatte sonst gibt es immer nur eine position und wenn du nicht der position angehörst du sofort der böse dieses spiel spielen wir in deutschland seit jahren und hat nicht dazu geführt dass unsere gesellschaft befriedeter ist ja was ich bei wetzholz videos zu russland halt hier raushöre hier so eine der versuch hier und die beiden interessen auf eine stufe zu stellen und putins und unsere interessen stehen nie und nimmer auf einer stufe also das thema russland muss ich jetzt schon mal sagen ich habe mich das mit abstand wichtigste beitrag zu dieser debatte habe ich mit meiner dokumentation jenseits krieg des krieges gemacht ja wir brauchen nicht über das thema weiterreden wenn ihr die nicht geschaut habt ja oder wenn ihr die nicht kennt das bringt nichts weil im grunde genommen ist dieser eine beitrag den du dir rausgegriffen hast ohne diesen haupt diesen dreiviertelstündigen hauptbeitrag wo ich mir auch wirklich sehr viel mühe gemacht habe ja das ist ein ganz anderer aufwand brauchen wir dann über das thema russland nicht reden ja ich habe mir allerdings mehrere videos als bloß den einen angeschaut aber gut also vielleicht noch mal auf den den punkt davor einzugehen also ich bin auch der meinung man sollte debatten führen und man sollte sie inhaltlich führen und nicht auf die persönliche ebene ziehen da gebe ich mir auch immer mühe das zu tun ich halte auch begriffe wie schwurbler querdenker was auch immer in alle richtungen für für wenig hilfreich weil die natürlich tatsächlich die debatte vergiften ängste ansprechen habe ich auch kein problem mit aber es gibt ja wie gesagt diesen spruch jeder darf seine meinung haben aber nicht seine eigenen fakten also irgendwo muss man eine grenze ziehen eine debatte inhaltlich führen finde ich auch völlig in ordnung ich finde halt es gibt themen wo wir ja wenn man eine reichweite hat eine verhandlung auch eine verantwortung hat das entsprechend sauber darzustellen ja also wenn ich mich über funk lustig mache ob ich jetzt da ein fehlerchen reinbaue oder ob ich da irgendwas über sehe das ist doch das ist doch völlig egal wenn es aber ein thema ist das ja die gesellschaft schon erregt ja das meinte ich vorhin mit sprengkraft dann sollte man doch da den anspruch haben möglichst sauber zu arbeiten und vielleicht im zweifelsfall ein video mal auch nicht zu produzieren oder ein bisschen länger zu recherchieren als ein vorschnelles video raus zu bringen wo man dann hinterher sagt das war jetzt das das wird dem anspruch nicht gerecht also wie gesagt ich ordne eigentlich immer auch ein dass ich also dass ich da speziell bei dem eb video habe ich explizit gesagt es ist keine wirkliche klärung in der tiefe das ist kein abschließendes urteil was ist dann daran falsch sein video zu machen wenn ich das explizit sage wenn man einfach positiv von dem ausgeht was ich was ich gesagt habe du hast die fragestellung war ja schon im video titel und relativ am anfang sagst du ich kann es nicht abschließend beantworten dann redest du du philosophierst und sinnierst zwar sehr viel dann über frage staatsbürgerschaft und ethne und so weiter aber dass du dann fragst dass du einfach mal prüfst dann was genau könnt was genau meint die ib denn damit nicht wie kann man das alles so verstehen sondern was meinen die damit das ist ja die eigentliche frage und du kennst die ideologischen hintergründe der ib du kennst die konservative revolution und es gibt halt da wie sepp schon gesagt hat noch viel mehr als bloß diesen einen webseiten beitrag der ja eigentlich eine eigenwerbung der ib ist dazu und dass man dann am ende wie du es gemacht hast dann so zum schluss kommt ja also ich weiß nicht ob es die b begriffen hat aber die vom verfassungsschutz die haben sie auf jeden fall nicht begriffen das kommt mir dann schon sehr parteiisch vor naja ich versuche es mal andersrum ja wenn wir die wenn ich ein video mache und sage ist rauchen schädlich und dann beziehe ich mich auf irgendwelche werbeschriften von philip morris ja dann habe ich was falsch gemacht ja und in dem fall fand ich als quelle zu sagen ich beziehe mich auf die eigenwerbung einer eines vereins oder verbands oder einer organisation die unter beobachtung steht das halte ich schlimmstenfalls für naiv aber ich meine damit führst du natürlich was an in den diskurs dass man sozusagen prinzipiell auch den diskursteilnehmern täuschen und lüge unterstellen kann und das ist natürlich auch nicht unproblematisch weil man natürlich damit im grunde genommen jeden diskurs zerstört na gut aber es leute täuschen und lügen ja also wie gesagt da muss ich halt einfach ein bisschen tiefer graben also dass es propaganda gibt ja das ist ja außer frage ich meine wir sehen das ja jetzt im ukrainekrieg ja dem oder oder auch hamas israel ja wem kann man da glauben ja im zweifel würde ich sagen erstmal schauen dass ich die zahlen egal von welcher seite sie kommen noch mal irgendwo anders verifiziert kriege weil im zweifel würde ich erstmal keinem von beiden parteien glauben denn im zweifel sind sie ja beide propagandistisch unterwegs ja das mag sein aber ich also was ich halt einfach gemacht habe ist dass ich versucht habe das was im verfassungsschuss bericht steht gegen zu checken ja durch die andere seite kann man das so bestätigen was dort was dort steht und habe das halt erst mal bin damit erst mal gescheitert und das ist das das ist das ganze nur das das ergebnis dieser recherche ist inhalt dieses videos ich habe es klar gekennzeichnet dass es kein abschließendes urteil ist warum soll ich das nicht machen dann sollen die leute selbst sich ein urteil bilden sollen ich habe ich verlinke in der regel auch die quellen dann sollen sich das selber durchlesen dass ich die leute damit nicht jetzt die sache durch sagen die welt wieder harmonisiert habe indem ich eine eindeutigkeit hergestellt habe ja meine güte so ist das halt ja wie gesagt mir geht es auch nicht um die eindeutigkeit sondern mir geht es halt um die quelle als solche dass die von vornherein in meinen augen ungeeignet ist und dass sie am ende da gut aber das ist aber das durchaus als aber das extremistisch eben auch einschätzen würde dass die in meinen augen massiv verharmlost rüberkommt auch wenn du es zigmal gesagt hast dass du es nicht abschließend also ich möchte jetzt mal geht es gar nicht so sehr um die eb das ist ja auch eine relativ kleine gruppe die jetzt von ihrer politischen ich weiß ein paar hundert leute deutschlandweiten also das ist jetzt nicht die werden jetzt nicht die republik außen anheben und so dass also auch die die gesellschaftliche sprengkraft doch überschaubar ist ich möchte noch mal eine ganz grundsätzliche sache sagen zu diesem thema konservativ rechts und so weiter und meinungsbild in deutschland was vielleicht auch das ein bisschen verständlicher macht warum warum ich so agiere so von der vom standpunkt der radikalen mitte identifiziere ich ja drei ideologische großlage das ist der links progressivismus der liberalismus unser konservativismus ja und der mein standpunkt besteht darin dass ich sage die sind alle drei erst mal sozusagen okay die sind alle drei sind sie legitime sichtweisen auf die politisch gesellschaftliche wirklichkeit es ist nicht so dass eines der lager recht hat und die beiden anderen haben einfach unrecht oder die einen ja genau also das ist das erst mal eine prämisse um auch überhaupt aus diesen dämlichen grabenkämpfen rauszukommen weil ich meine heute hat politische überzeugung häufig die funktion von religionsersatz und dementsprechend verbissen und emotional werden dann auch die debatten geführt und das ist etwas was nicht ganz ungefährlich ist für eine pluralistische gesellschaft ja so wenn ich mir jetzt die die öffentlichen debattenräume in deutschland anschaue stelle ich einfach fest dass der konservatismus ein total wie soll ich sagen schlechten stand hat er ist in einem desaströsen zustand ja es gibt ihn praktisch gar nicht richtig ja was meine ich und ich will das mal erläutern ich habe also mal als vorbereitung auch mir einfach von gtp die wichtigsten konservativen intellektuellen im deutschsprachigen raum rausschreiben lassen da hat man dann zehn zehn genannt ja und sieben von diesen zehn also ist zum beispiel peters lotterberg dabei und so weiter ja sieben von den zehn sind im ruhestandsalter ja zwei sind mit dem isf assoziiert und die zehnte ist die birgit kelle die sich laut wikipedia selbst als liberal bezeichnet ja das ist sozusagen der zustand des konservatismus in deutschland also verheerend ja es ist auch so dass sich das in einer ganz negativen weise beispielsweise beim öffentlich rechtlichen rundfunk zeigt wenn ich mir zum beispiel die 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 funk kanäle anschaue also ich weiß von keinem einzigen die tonne kloppen ich kann es jetzt sagen aber es geht darum wird hier das meinungsbild repräsentiert ja und das ist und das ist ein schwerwiegendes problem das heißt konservative bis rechte standpunkte haben für mich vor dem hintergrund vor dieser unausgewogenheit einfach erstmal welpenschutz das heißt ich werde da nicht in einer weise drauf bauen wie es die taz oder die frankfurter rundschau macht das werde ich nicht machen und das ist extrem dieser zustand den wir haben ist extrem ungesund ja ich habe und wenn wir die meinung und wenn wir die meinung aber in der bevölkerung anschauen ist es nicht so dass diese ich will mal sagen die die wie sich das in der medialen und in der intellektuellen kultur widerspiegelt dass das sozusagen repräsentativ der repräsentativ ist sondern hier gehen zunehmend ich will mal sagen veröffentlichte und öffentliche meinung auseinander ja und das ist extrem gefährlich und verheerend ja das mag ja auch sein aber ich denke wir sind uns auch alle einig dass es sowohl am linken rand wie auch am rechten rand einfach ganz klar den übergang in den extremismus und da würde ich da würde ich jetzt die neue rechte auch mal mit den 68er an der stelle vergleichen wollen die ja auch ich will mal sagen problematisch waren also die sozusagen auch diese beiden seiten hatten ja und es war sozusagen auch ein ich meine es hat einerseits auch der weg zum in den terrorismus ja geführt ja das wissen wir ja und es gab auch ein das muss man auch sagen gar nicht so kleines so kleine szene die damit auch sympathisiert hat ja 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 und das ist heute schlimmerweise leider ja ja das muss man ja so wenig unpasst eigentlich also und jetzt habe ich jetzt will ich aber folgendes raus die 68er ja es war trotzdem sozusagen damals in der bundesrepublik möglich gewissermaßen diese impulse damit halbwegs umzugehen und auch letztlich hat das ja auch die gesellschaft substanziell maßgeblich mit beeinflusst ich will mal sagen die die konservative kritik an der spätmoderne wird so wie ich das wahrnehme weitgehend verdrängt und wird damit aber auch radikalisiert und wir machen sozusagen von der hegemoniale links liberalismus gerade auch in akademischen kreisen schafft es sehr gut die aus dem diskurs draußen zu halten ja was dann eben auch zu diesen sonderentwicklung auch zu diesen radikalisierungen führt und wir sind heute bei weitem nicht mehr so ich will mal sagen gesamtgesellschaftlich geschmeidig dass wir jetzt sozusagen hier einen zu einem wirklichen diskursprozess fähig sind und das führt uns genau auf die situation die wir haben dass wir halt dieses dieses auseinander geben haben dass der 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 die die rechts die konservativen dann auch zunehmend diese rechtspopulistische reaktionäre gegenhaltung einnehmen nach dem motto ich bin hauptsächlich gegen den mainstream ja und das sehe ich halt äußerst als äußerst problematisch an und jetzt bezogen auf meinen kanal ich würde sagen ich sehr viel häufiger argumentiere ich liberal als jetzt konservativ also häufig habe ich zumindest so den eindruck dass ich bei nicht wenigen videos im grunde genommen einen liberalen standpunkt vertrete insbesondere auch wenn es um um übergriffigkeiten des staates und so weiter geht ich weiß nicht ihr seid ja schaut ja auch moich und löcher schaut ja auch einige meine videos an wie empfiehlt ihr das aber das ist jetzt so wie ich das war würde ich bestätigen ja ist natürlich ein bisschen subjektiv man tut sich auch die themen raus die einen interessieren und so weiter insgesamt ist es schon so vor allem also mir geht es vor allem einfach darum dass man mit deinem kanal oder mit unserem kanal eine ein gegenpol zu mainstream hat gerade der einfach übermächtig einseitig ist ja und wir machen es natürlich auf einen ganz anderen blatt ja ein reiner meinungsäußerungskanal im prinzip wir gehen einfach nur auf bestimmte geschichten während du dann eine ganz andere rangehensweise hast aber beides ist ja ein beitrag zur debattenkultur und ich glaube man kann auf jeden fall am ende festhalten bei allen hier dass wir glaube ich bei vielen dingen gar nicht so weit auseinander sind wenn man jetzt nicht so unterhält ist man sich ja eigentlich zu den teasen wie ich das jetzt zumindest wahrgenommen habe eigentlich sehr einig also ich habe auch jetzt vorpolitisch kenne ich nicht so gut aber michael habe ich auch immer als liberalen kanal kennengelernt und ich glaube von den grundüberzeugungen ist da gar keine so eine große differenz würde ich sagen da habe ich das auch etwas gewundert dass dieses video überhaupt kam ich kann ich kann es für meinen teil nicht sagen denn ich kenne keinen eurer kanäle besonders gut eigentlich fast gar nicht wie gesagt die reaktion kam auf die anfrage hin ich denke eben nur dass man eben gerade dann auch sage ich mal wenn man konservative oder vielleicht sogar rechte positionen die man aushalten muss wenn man denen mehr gehör verschaffen muss dass man dann auch umso sauberer sich eben abgrenzen muss von dem echten extremismus den es eben gibt und den ich bei der ib eindeutig sehe ansonsten gibt es ja viele dinge die man auch kritisieren kann es kommt also mir geht es eher darum dass man wenn man dinge kritisiert dass man sie richtig und sauber und ordentlich kritisiert ja also nehmen wir wie gesagt thema verfassungsschutz viele leute werden sofort in die rechte ecke gestellt aktuell wenn sie sagen verfassungsschutz soll weg ja dabei ist das unter anderem auch eine lange wirklich links radikale position gewesen nur weil der verfassungsschutz jetzt halt irgendwie als bollwerk gegen die afd gesehen wird vom mainstream wird das halt mit rechts assoziiert ja und dann da würde ich dann auch sagen nein das muss das kann sein das muss nicht sein oder weiß ich nicht kompaktverbot die linksparteien fordern das bis heute also weiß ich jetzt auch nicht aus aber auch das kompaktverbot natürlich fordern die das kompaktverbot kann man auch kritisieren also die spezielle ja das ist ja auch das ist ja auch ein schuss in den ofen gewesen das war ja also das ist noch nicht durch hauptverhandlung kommt noch werden wir sehen aber dass man das kritisieren kann dass das über diesen umweg des vereinsrechts gemacht wurde wenn doch presse erzeugen eigentlich ländersache sind und jetzt greift der bund über das vereinsrecht und das kann in meinen augen kritisieren aber man sollte es halt wie gesagt sauber und ordentlich machen und und da ist meine kritik dass das dass mir das an dieser stelle nicht gefallen hat du darfst natürlich alles machen was du möchtest ist dein kanal ja meine kritik habe ich jetzt hier geäußert ich fand das an der stelle nicht sauber gearbeitet ist natürlich das ist natürlich den vorwurf den kannst du nicht immer erheben da hätte man noch mehr ins detail gehen müssen das ist der die universale kritik die immer die man immer begründen kann gut zugesehen habe ich damit kein problem ich meine natürlich ich habe halt oft video ideen und bin da das ist auch relativ kurzfristig natürlich meine ich habe ja auch jetzt 900 videos auf meinem kanal ich meine es ist halt so wie ich das wie ich halt auch arbeite es ist oft ein relativ kleiner anlass aufgrund dessen ich videos machen dann habe ich halt was raus und ich gehe eigentlich davon aus dass mein publikum erwachsen genug ist und jetzt nicht hier damit auch eigenständig umgehen kann und so gesehen ja ist das halt mein weg wie ich mein kammerkanal gestalten wie gesagt zur sache es ist halt auch für die für die ukraine doku habe ich mir echt irre viel arbeit gemacht ja und es hat in summe ich glaube 7000 klicks bekommen dass in keiner relation zur arbeit steht wo man sich dann auffragt okay dass sich wirklich gründlich aber im mühe machen wird hier einem nicht gedankt das ist ein problem der sozialen medien ja das mag sein oder der alternativen medien das ist nicht nur bei den alternativen ein problem also das ist glaube ich generell ein problem da kommen wir glaube ich alle irgendwann mal ein lied von singen weil ich danke allen es war finde ich in wirklich sehr sehr schöne gesprächsatmosphäre ja ich glaube auch dass wir soweit eigentlich durch sind oder habt ihr jetzt noch wichtige punkte die ansprechen muss jetzt auch aufhören also es wird langsam zu lang genau wir haben ja gesagt eine stunde und jetzt sind wir schon drüber in diesem sinne auf jeden fall vielen dank dass ihr der einladung folge geleistet habt wie vielleicht macht man noch mal was zusammen auf jeden fall ein schönes gespräch in diesem sinne doch gerade noch mal die debattenkultur gerettet ne und ja schöne zeit noch ne tschüss schönen abend heute ja tschüss okay